Hallo, hallo! Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge spreche ich über die neue Weltwirtschaftsordnung, warum sie laut einem berühmten amerikanischen Unternehmer und Hedgefondsmanager in Zyklen verläuft und warum du das überhaupt wissen musst. Let's go! Es geht um niemanden Geringeren als Ray Dalio. Dieser Typ ist extrem smart, denn er hat sich ausgiebig mit der Geschichte auseinandergesetzt, sie analysiert und dabei einige Zyklen festmachen können. Und ich persönlich gehe davon aus, dass jeder Mensch diese kennen muss, um einmal abzuchecken, in welchem Zyklus befinde ich mich gerade mit meinem Kollektiv, also mit meiner jeweiligen Gesellschaft, wo ich gerade lebe, in welchem Zeitalter und so weiter und so fort. Und natürlich auch hilft das insofern, als man ein bisschen mehr Entspannung verspürt, weil man eben weiß, was auf einen zukommen kann. Ich empfehle prinzipiell auch weiterführende Podcast-Folgen in der Beschreibung, zum Beispiel das Denkmodell Spiral Dynamics oder auch warum Nationen immer stoisch geboren werden und epikoreisch sterben müssen und weshalb Nationen zerfallen. Es geht hierbei natürlich nicht darum, dass du ein hundertprozentiges Kontrollgefühl erreichen kannst, aber ich persönlich gehe davon aus, dass Wissenserwerb, wenn man ihn denn dann auch anwendet, in seinem Denken und Handeln im Alltag immer auch ein gewisses Sicherheitsgefühl mit einhergehen lässt und natürlich auch das ganze Leben, die ganze Wirtschaft, die Politik, das ganze Weltgeschehen global spannender macht, weil man einfach viel mehr checkt, weil man Zusammenhänge besser erkennt und letztlich das natürlich auch dem eigenen Leben dient, weil man einfach auch versteht, hey, was ist da los? Du fühlst dich weniger ausgeliefert, du bist weniger ohnmächtig, nicht im Sinne von, dass du jetzt die Außenwelt groß ändern oder beeinflussen kannst. Das geht prinzipiell immer nur gering bis gar nicht, darum mein Basic Mindset immer fokussiert dich auf das, was du beeinflussen kannst, das ist deine Haltung, dein Mindset und dein Energy Level. Nichtsdestotrotz bin ich immer dafür, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, sie zu Ende denkt und zum Teil natürlich auch kritisiert, hinterfragt, weil nur weil irgendwo etwas steht, heißt es nicht, dass das für immer so sein muss. Also es geht hier nicht darum, dass du immer alles einfach glauben sollst, sondern immer zuhören, selber recherchieren, selber lesen, hinterfragen, stimmt das, ist das stimmig, war das immer stimmig, ist das noch stimmig? Also Basic Mindset immer alles und jeden hinterfragen, aber einfach aus einer gesunden Skepsis heraus, weil, das ist eben auch mein Grundgedanke von meinem Keep it in the Villa, dass eben Realität immer ein Konstrukt ist und immer auf deinen Annahmen basiert. Hierzu verlinke ich dir auch einige Podcast-Folgen in der Beschreibung oder du checkst direkt meine Playlist Reality, Creation, Energies, Manifestation und jetzt würde ich sagen, wir legen direkt los. Wie gesagt, für diesen berühmten Hedgefonds-Manager Ray Dalio, er ist mittlerweile schon über 70 Jahre alt, ein brillantes Genie, hat Milliarden an Dollars, verdient im Laufe seines Lebens und laut ihm läuft eben die Geschichte immer in großen Zyklen ab. Ja, also in lang andauernden Zyklen und diese wiederum bestimmen eben auch die Reichweite und den Aufstieg oder Niedergang eines Imperiums. Und er wagt eben auch in Büchern seine eigenen Prognosen. Zum Beispiel sagt er, dass das Risiko eines Konflikts zwischen den USA und China steigt und ja, letztlich geht er eben auf diese ganzen Themen ein. Ja, also neue Weltordnung oder nennen wir es Weltunordnung. Ja, die ganze Welt wird chaotisch, nichts ist mehr so richtig sicher, nichts ist mehr wirklich griffig, greifbar, ja, prognostizierbar, alles ist unsicher. Hierzu empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge bezüglich Barney Frameworking, wie du eben mit diesen Unsicherheiten trotzdem schnell Entscheidungen treffen und handlungssicher bleibst. Weitere Problematiken natürlich die Klimakrise, die Corona-Krise, die Wirtschaftskrise, sämtliche Krisen, ja, der Konflikt Russland-Ukraine, der Nahostkonflikt, andere brodelnde Stellen, wo man auch nie genau weiß, wann geht es da los, wann geht es da zur Sache, ja, China, Taiwan. Dann die Energiekrise, die Inflation, die gesamte Krise, die ganze Welt ist ja in einer Krise. Und deswegen erleben wir natürlich die Realität jetzt als etwas komplett Neues, so etwas, was viele Generationen eventuell auch noch nie zuvor erlebt haben, natürlich auch immer abhängig davon, wie alt jemand ist. Und in seinem Buch Weltordnung im Wandel schreibt er, ich zitiere, die Zeiten, die vor uns liegen, werden ganz anders sein als alles, was wir bisher erlebt haben. Ja, und deswegen bedeutet das eben, dass du nicht länger mit deinem Verstand aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen die Zukunft planen und, ja, verstehen kannst. Also so dieses Reproduzieren, gestern war es so, also wird es morgen auch so sein. Sondern wie gesagt, alles ist sehr brüchig, die Realität ist sehr brüchig, ständig passiert irgendetwas Unvorhergesehenes, ja, Multikausalketten, die greifen mir zu, empfehle ich dir auch eine Podcast-Folge. In der Beschreibung werde ich sie dir verlinken, wo ich eben auf die Thematik eingehe, dieses klassische, du kennst es eventuell, Butterfly-Effekt, ja, ein Schlag von einem Schmetterlingsflügel auf der einen Seite der Welt bewirkt einen Tsunami auf der anderen Seite der Welt und das betrifft natürlich sämtliche Bereiche global, kollektiv, individuell, ja, Privates wie berufliches, Wirtschaft, Politik, ja, all die Geschichten, Handelskriege, Verzettelungen, Verwicklungen und letztlich blickt da keiner so richtig durch und, ja, deswegen kann man eben nicht mehr einfach sagen, früher war es so, deswegen wird es morgen auch so sein, aber laut ihm, also laut Dario kann man eben trotzdem Parallelen ziehen und ich persönlich, wie gesagt, finde, dass die schon wichtig sind zu wissen, weil man irgendwo ja doch auch ein bisschen was checken muss in einer Welt, die man eben nicht mehr checken kann mit dem Verstand, ja, alles ist irgendwie nicht mehr greifbar. Ich empfehle dir auch meine Podcast-Folgen bezüglich der postfaktischen Welt, weshalb diese eben ein Biber ist und du ein Baum und du deswegen ungenießbar sein musst, ja. In solchen unsicheren Zeiten musst du eine starke Identität entwickeln, weil du sonst kaputt gehst, weil unsichere Zeiten ungewiss sind. Du kannst eben nicht mehr so planen wie früher dieses Ich mache A, dann kommt B heraus, ja, eventuell kommt dann Z heraus und du wolltest Z gar nicht, aber jetzt musst du trotzdem weitermachen, weil du hast Z bekommen, ja. Also die Regeln haben sich geändert, die Spielkarten haben sich geändert. Du kannst es dir vorstellen, wie du gehst wohin und denkst, ihr spielt Monopoly, aber auf einmal spielen alle Poker und du hast keine Ahnung von Poker, aber du kannst jetzt auch nicht mehr gehen, ja. Oder du gehst mit einem Wattestäbchen zu einer Schießerei. Ja, was machst du? Kannst jetzt nicht einfach umdrehen, aber was machst du? Ja, also es ist alles sehr komplex und intransparent und letztlich eben auch natürlich gefährlich. Aber die Gefahr ist auch immer eine Chance für Besseres, ja. Also das Rettende wächst mit der Gefahr, so wie Hölderlin es beschrieben hat, der berühmte Dichter. Also da, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch, um genauer zu sein. Und Geschichtsverständnis spielt eben aus meiner Perspektive immer auch eine große Rolle, wie man sein eigenes Leben lebt. Und laut Dalio, wie gesagt, spielt sich alles immer und immer wieder ab und teilweise sogar aus denselben Gründen. Natürlich nicht eins zu eins identisch, aber doch immer wieder, ja, so diese Basics, so diese Grundlagen. Also er hat eben Muster erkannt bei seinen Recherchen, bei seinen Studien und er hat da wirklich sehr detailliert beobachtet, recherchiert und seine Schlüsse gezogen und natürlich dann Erkenntnisse gewonnen. Und er ist natürlich, das muss man sagen, ein sehr hervorragender Beobachter. Und ich als jemand, der Beobachten liebt, ja, ich interessiere mich für viele Dinge, nicht zuletzt auch für die Quantenphysik, die ja letztlich auch auf dem Beobachtereffekt mit aufgebaut ist oder besser gesagt, der ein Teil von ihr ist. Und letztlich ist alles im Leben eine Beobachtung, ja, da, wo du hinguckst, da sendest du deine Energie hin, deine Aufmerksamkeit, dein Fokus ist nichts anderes als Energie. Und ja, letztlich beobachtet Dalio also die Geschichte und guckt, okay, was ist da alles passiert? Und er hat eben, wie gesagt, im Laufe der Zeit im Studium der Geschichte gecheckt, okay, es gibt da doch irgendwelche Regeln, die sich dann immer wieder abspielen in tatsächlich klar definierten Lebenszyklen, ähnlich wie bei Organismen, die sich eben von einer Generation zur nächsten weiterentwickeln. Also so eine Art Evolution, die dann aber doch irgendwo wieder von vorn beginnt, aber natürlich nicht identisch von vorn, aber wie gesagt, es gibt immer so gemeinsame Nenner und deswegen begreift er auch die Geschichte und die Zukunft der Menschheit als Gesamtheit von allen Lebensgeschichten, die sich eben im Laufe der Zeit ereignen. Und alles läuft irgendwie ineinander über, ja, also du kannst es dir vorstellen, wie unendlich viele Timelines, die sich dann irgendwie überschneiden zum Thema Timelines und warum das so wichtig ist, auch für die Realitätskonstruktion, habe ich einiges auch hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Check hierzu auch, wie gesagt, meine Playlist Quantenphysik oder weiterführende Podcast-Folgen in der Beschreibung, weil das natürlich extrem spannend ist und auch dir dabei helfen kann, beruflich wie privat Entscheidungen zu treffen in einer Zeit, in der man eben, ja, wie gesagt, vor dem Ungewissen steht und es nicht mehr diese monokausalen Zusammenhänge gibt, sondern eben alles sehr komplex und intransparent ist. Für Dalio selber gibt es tatsächlich bestimmte Aspekte, die immer ein wesentlicher Bestandteil davon sind, ob eben ein Imperium, also ein Reich, aufsteigt oder eben fällt. Zum Beispiel, wie gebildet dieses Reich ist, die Gesellschaft, die in dem Reich lebt, ja, wie produktiv sie ist, wie die Handelsbeziehungen international sind, wie das Militär aufgebaut ist, wie stark die Währung ist und so weiter, ja. Also all diese Faktoren spielen natürlich in die Stärke eines Imperiums rein und das macht natürlich auch Sinn und ist logisch. Also wenn du dir ein Land anschaust, das seit Jahren im Krieg ist, dann ist das natürlich insgesamt schwächer von der Energie her als ein Land, das topstabil ist, sagen wir mal die Schweiz, die sich auch aus den Weltkriegen, soweit es ging, rausgehalten hat und meiner Ansicht nach deswegen auch extreme Power-Energy hat diese Podcast-Folge, wo ich weiterhin auf diese Thematik oder auf diese Perspektive eingehe, verlinke ich die selbstverständlich ebenfalls in der Beschreibung. Laut Dalio verhalten sich eben diese Kräfte, diese Faktoren ausnahmslos, zyklisch und bilden eben, wie gesagt, diesen Grundnenner, diesen Zusammenhang und alles hängt ja auch irgendwo miteinander zusammen, ja. Also das Bildungsniveau wirkt sich auf das Produktivitätsniveau aus, das wiederum inwieweit der Handelsverkehr international stattfindet, das wiederum hat auch damit zu tun, wie stark das Militär ist und all das zusammen spielt natürlich auch wieder mit rein, inwieweit die Landeswährung stark ist, hat sie Einfluss auf andere Märkte oder wird sie mehr von denen bestimmt, also alles auch immer ein Energy-Ding. Prinzipiell empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge zum Thema die Energy-Levels von Ländern und Societies, dass all das eben natürlich eine Rolle spielt und ja, dieser Switch von Power und Force, also von Macht und Gewalt immer im Wechsel und Wandel ist prinzipiell. Die Begriffe Power und Force, Macht und Gewalt stammen von einem US-Psychiater namens Hawkins, der eben dazwischen unterschieden hat und er, ja, beschreibt diese zwei Kategorien der Macht, also einmal die Macht, die authentische und einmal die Gewalt mit verschiedenen Emotionen und Schwingungen, die damit einhergehen. Die Force-Energy, die Gewalt geht immer mit niedrig schwingenden Emotionen ein, Herr wie Scham, Schuld, Angst, Depression, Neid, Verzweiflung, höher schwingend wäre Wut und dann ab dem Wert 200 aufwärts beginnt es mit Mut, Courage, Zuversicht, Liebe, Mitgefühl, Empathie, Enthusiasmus, Humanismus und so weiter und so fort. Die Power-Energy, langfristig gewinnt sie laut Hawkins immer über die Force-Energy. Wenn dich diese Thematik näher interessiert, dann check wie gesagt auch hier meine Beschreibung für die weiterführende Podcast-Folge oder meine Playlist Levels of Consciousness, wo ich auf diese Thematik noch näher zu sprechen komme. Jetzt denkst du vielleicht, okay, schön und gut, aber wie lange dauert denn dann so ein Zyklus? Nun, das können tatsächlich 200 oder auch 300 Jahre sein, je nachdem natürlich, wie erfolgreich das Imperium ist oder auch Dynastien. Ja, du hast sicher schon mal irgendwelche Reportagen angeschaut oder in der Schule was dazu gelernt oder selber auch mal recherchiert, weil das natürlich auch extrem spannend ist und man sich auch immer natürlich die Frage stellt, okay, wann ist es denn jetzt soweit? Wann bricht alles zusammen? Wer gewinnt hier? Was passiert als nächstes? Ja, wie gesagt, eine Energiefrage und das lässt sich auf den ersten Blick nicht immer so eindeutig feststellen, weil natürlich das Ganze über längere Zeiträume sich erstreckt und ja, letztlich wie gesagt, diese Zyklen natürlich auch alle unterschiedlich geprägt sind von einer unterschiedlichen Energie. Energie, ja, also es schwankt so zwischen friedlich und kreativ, produktiv, ja, dann wieder Depression oder Krieg oder Revolution und da wird natürlich dann letztlich drum gekämpft, wer bekommt das Geld? Es geht ja immer um Geld. Wer bekommt das Vermögen? Wer bekommt die Macht? Wo fließt der Wohlstand hin und all die anderen wertvollen Ressourcen, die eben ein Land, eine Nation, ein Imperium so mit sich bringen kann? Und letztlich kann es tatsächlich sein, dass diese friedlichen, auch kreativen Phasen deutlich länger sind als Zeiten von Krieg, Depression und Revolution. Ja, er sagt im Regelfall im Verhältnis etwa 5 zu 1. Deswegen könnte man die letzteren Phasen, also dieses, wo alles chaotisch ist, alles durcheinander ist, eher so als Übergangsphasen bezeichnen, wo man eben sagt, okay, jetzt ist alles ein bisschen crazy, aber nur, weil sich jetzt alles einfach neu ordnet, neu sortiert und dann wird es wieder friedlicher. Also das Krieg sozusagen nie ewig lang dauert. Ja, also jetzt im Verglichen zur gesamten Menschheitsgeschichte. Du kennst vielleicht Kriege, die wirklich lange Zeit gedauert haben, aber im Vergleich zu Friedenszeiten dann doch irgendwie wieder in der Relation kürzer. Ja, er sagt auch, wenn eine Großmacht es schafft, irgendeinen überraschend technischen Durchbruch zu schaffen, also irgendetwas, was noch nie zuvor da gewesen ist, dann steigt natürlich die Eskalationsgefahr extrem. Und das muss man jetzt natürlich bedenken in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo du ja nie weißt, was programmieren denn eigentlich diese KIs unter sich? Also wenn eine KI eine Super-KI erschafft und so weiter und so fort, dann wird alles noch ein bisschen verrückter. Und das kann man natürlich gar nicht vorhersehen, weil das eben auch gemäß des exponentiellen Wachstums, wie gesagt, unvorhersehbar ist. Also das ist heute so, morgen so und auf einmal, bam, komplett anders. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man Bewusstseinserweiterung und Perspektivenwechsel proaktiv in sein Leben einpflegt und einbaut, weil du es sonst langfristig zugrunde gehst. Hierzu empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge bezüglich des Fibonacci-Codes deines Lebens, wo ich eben auf dieses exponentielle Wachstum zu sprechen komme. Man muss sich natürlich fragen, ob eben Russlands Angriff auf die Ukraine erst der Anfang ist. Und damit meine ich nicht den Krieg, der 2022 begann, sondern natürlich schon die Annexion der Krim 2014. Ob das eben erst der Anfang ist? Denn seinen Berechnungen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges in den nächsten zehn Jahren ungefähr bei 35 Prozent. Also dann doch ein relativ hohes Risiko, weil eben ein Krieg nicht nur einfach ein Krieg ist, der sich irgendwo lokal abspielt zwischen zwei Mächten, sondern Stichwort natürlich auch Stellvertreterkriege. Ja, dann die Kausalketten. Wenn da Krieg ist, dann entsteht woanders auch Krieg. Überall brodelt es, überall sind die Leute unzufrieden. Es kommt zu kollektiven Unruhen, zu revolutionären Zuständen, bürgerkriegsähnliche oder tatsächliche Bürgerkriege und die damit einhergehenden Zustände. Und letztlich ist das natürlich sehr gefährlich, sehr aufregend, sehr spannend. Und macht das Menschsein eben zum Menschsein. Es wird wieder alles ein bisschen unvorhersehbar, unkontrollierbar, beziehungsweise das war es schon immer, aber wir waren eben in den letzten Jahrzehnten zu sehr der Illusion der Kontrolle verfallen und diese bröckelt nun zunehmend auf. Im Folgenden möchte ich also auf die einzelnen Zyklen zu sprechen kommen und du kannst dir dann einfach selber ein Bild davon machen, inwieweit du sie erstens mal für gegeben hältst, für relevant hältst. Du kannst dir auch selber Gedanken machen, in welchem Zyklus wir uns aktuell befinden, wo ganz klar was zu erkennen ist oder wo du merkst, das verstehe ich immer noch nicht. Das ist für mich trotz dieser Zyklen und ihrer Beschreibungen nicht greifbar. Also nur weil es Zyklen, Beschreibungen und Beobachtungen gibt, heißt es ja nicht, wie gesagt, dass alles eins zu eins so eintreffen muss, aber man kann sich durchaus daran orientieren und wie gesagt für sich auch ein besseres Weltverständnis erarbeiten. Und darum geht es mir in dieser Podcast-Folge. Deswegen jetzt nochmal, let's go. Um es vorwegzunehmen, sollten wir laut Ray Dalio den Regierungen nicht vertrauen und unser Geld schützen. Denn wir stecken laut ihm eben in der vorletzten Phase einer sehr großen Schuldenzüge. Letztlich muss man eben das Geld vor dem Werteverfall schützen und damit natürlich Armut verhindern, proaktiv und selbstbestimmt. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass wenn es der Wirtschaft schlecht geht, die Zinsen von den Zentralbanken gesenkt werden, damit Kredite günstiger werden und Menschen eben dazu gebracht werden, doch mehr Geld auszugeben. Also, dass die Wirtschaft weiterhin angekurbelt wird. Dann erhöhen sich natürlich irgendwann langsam wieder die Zinsen, damit die Preise und auch die Löhne nicht zu sehr steigen. Und solche kurzen Schuldenzyklen dauern etwa acht bis zehn Jahre, beginnen natürlich mit einer finanziellen Krise. Und letztlich gab es die auch in der jüngeren Vergangenheit schon, wenn du da an die Dotcom-Blase denkst. Ja, oder dann auch danach wieder die Finanzkrise. Dann, wie gesagt, jetzt die Corona-Pandemie, die auch natürlich ein Auslöser ist für bestimmte Kausalketten, die die Wirtschaft und die Politik gleichermaßen beeinträchtigt haben. So, kurzfristige Schuldenzyklen können prinzipiell einfach kontrolliert werden. Aber wenn es dann natürlich langfristige sind, sieht die Geschichte anders aus, weil du dann nicht einfach mal so eben sagen kannst, gut, wir senken die Zinsen, dann erhöhen wir sie wieder, dann gibt es ein paar Kredite günstiger, dann wieder nicht mehr. Ja, weil die Kaufkraft, die Währung, all das kann man nicht mal eben so nach unten oder nach oben fahren, nicht einfach so, wie du einen Lichtschalter mal eben an- und ausschalten kannst. Diese langen Zyklen, die Dalio beschreibt, gliedern sich, wie gesagt, in sechs Phasen, die ich dir im Folgenden vorstellen möchte, damit du eben auch verstehst, warum es nicht mehr so weitergeht, wie jetzt zuletzt seit dem Zweiten Weltkrieg, wo es ja doch immer diese Aufbruchsstimmung gab, gerade in Europa dieses so, jetzt wird alles besser, jetzt wird alles gut, nie wieder Krieg und so weiter und so fort. Aber wie man sieht, ist das eben dann doch nur irgendwo eine verbale Hülle, die ganz schnell einfach im Nichts verschwinden kann, weil eben, wie gesagt, der Frieden auch etwas sehr Fragiles ist. Narrative, historische, politische, wirtschaftliche, finanzielle sind alle fragil und letztlich immer brüchig und nichts ist so, wie es scheint. Nichts ist so stabil, wie es scheint. Das gilt im Individuellen wie im Kollektiven. Die erste Phase ist sogenannte die des harten Geldes und das beginnt damit, dass die Schulden von der vorherigen Zyklusvariante entweder komplett gelöscht werden oder umstrukturiert werden. Also natürlich abhängig auch von der Nation und von den Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden. Und im Anschluss gibt es dann sogenannte harte Fakten. Das war zum Beispiel eben nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall zwischen Deutschland und den USA ja der Goldstandard oder in Entwicklungsländern prinzipiell US-Dollar als Weltwährung. Und das Grundprinzip ist immer dasselbe. Wenn etwas gehandelt wird, was eben einen inhärenten Wert besitzt, bedeutet das Stabilität. Also dass auf diese Art und Weise irgendwie jeder handeln kann, egal wenn sich beide misstrauen. Also wenn jetzt du eine Person triffst, der du null traust und die du vielleicht auch nicht magst und wo ihr keine positiven Erfahrungen habt, ihr guckt euch misstrauisch in die Augen, aber wisst, das ist jetzt ein Euro, das ist ein Dollar und den kann ich tauschen, denn die Währung ist stabil. Egal ob wir uns jetzt vertrauen mögen oder was auch immer oder eben nicht. Ja, also als Beispiel gibt es dann auch, dass man zum Beispiel Goldzahlungen entgegennimmt oder abgibt. Ja, und selbst wenn die Goldmünze das Wappen vom Feind hat, gilt es trotzdem was, weil Gold ist eben Gold und zur Not schmilzt es eben ein oder was auch immer. Aber Gold ist relativ stabil prinzipiell. Dann die zweite Phase, dieses okay, jetzt fordern wir aber mal mehr, weil du kannst natürlich auf Dauer nicht einfach mit Gold da handeln. Ja, das ist auch anstrengend, Gold ist schwer, da musst du das lagern in großen Mengen, das ist alles anstrengend. Ja, du kannst dann nicht immer mit irgendwelchen LKWs von A nach B fahren. Ja, das ist auch alles unsicher. Und letztlich kann auch nicht einfach jeder irgendwie Dollar drucken oder Euro oder was auch immer. Und deswegen gibt es dann eben diese zweite Phase des Papiergelds, das dann eben neu erfunden wird. Und ja, letztlich auch als eine Art Schuldschein auf die harte Währung oder für die harte Währung gilt. Also du kennst eventuell noch die D-Mark entweder aus Geschichten oder weil du die selber noch erlebt hast. Ja, also D-Mark und dann kam der Euro und letztlich konnte man da natürlich auch nochmal eintauschen. Bei Gold blieb der Wechselkurs derselbe und die Reserven von sogenannten harten Währungen, also eben Gold, können in bestimmten Institutionen, die natürlich dann auch stark gesichert sind und kontrolliert sind, sicher verwahrt werden. Also Gold prinzipiell natürlich immer eine gute Anlage, weil die, egal wie es weitergeht, immer an Relevanz hat. Natürlich steigt und sinkt der Goldkurs, aber an sich ist Gold immer etwas, was überall akzeptiert wird. Nur wie gesagt, global funktioniert das nicht, weil stell dir vor, du willst was bezahlen und jetzt musst du da immer Gold mit dir rumschleppen. Wie gesagt, das ist schwer, das ist unsicher, das ist anstrengend. Ja, also stell dir vor, du gehst in den Mediamarkt und zahlst dann mit so einem Goldklumpen. Ja, also das wäre auch ein bisschen verklatscht und deswegen, ja, ist das natürlich für den Alltag auch gar keine Lösung. Dieses Gold ist dann natürlich in, wie gesagt, Banken, sicheren Institutionen, Zentralbanken gelagert. Früher natürlich in Tempeln oder eben bestimmten Häusern, die dann auch geschützt waren. Und letztlich kann man Gold immer umrechnen, egal wo du bist, ob du jetzt in Holland bist, in Schweden, in den Arabischen Emiraten oder wo auch immer. Gold ist immer an Relevanz zu benennen und letztlich natürlich auch immer feste Umrechnungskurse, damit verbunden zum US-Dollar, der ja aktuell noch die globale Weltwährung darstellt. Das kann sich natürlich in der Zukunft auch ändern, aber wie gesagt, diese Relation vom Wechselkurs immer vorhanden, egal wo man sich befindet. Dann beginnt laut Dalio die dritte Phase, ja, also jetzt beginnen die Schulden. Und man kann natürlich auch nur so viel Geld irgendwie rausgeben, wie man auch tatsächlich durch harte Reserven im Hintergrund gedeckt hat. Ja, also im Sinne von Gold, dass du da weißt, okay, das existiert ja wirklich, das, was ich da auf einen Zettel schreibe, irgendwo gibt es das ja dann wirklich. Und das ist natürlich dann hinderlich für eine Volkswirtschaft, ja, weil Papiergeld lässt sich ganz leicht vermehren. Du kannst es drucken, ja, aber letztlich ist das Papiergeld ja nur eine Art Reserve für das Wirkliche, was ja dann tatsächlich existiert. Papier kannst du unendlich viel drucken, aber das, was dahinter steckt, kannst du ja deswegen nicht genauso leicht vermehren, ja. Und deswegen entstehen in der dritten Phase dann eben auch Schuldscheine auf das sogenannte Papiergeld, ja. Also das geht eben zum Beispiel, wenn Menschen der Bank ihr Geld anvertrauen, ihr Papiergeld, weil sie denken, ah, dann kriege ich ein bisschen Zinsen, dann vermehre ich damit mein Geld, ja. Dann leiht die Bank aber wieder das Geld als Kredit mit höheren Zinsen an einen Unternehmer beispielsweise weiter und der kauft dann davon wieder Dinge, produziert irgendwas, verkauft es dann wieder, ja. Und natürlich lässt sich dann dadurch mit dieser bestimmten Menge von dem Papiergeld viel, viel mehr Geld in Büchern bewegen, also in den Notizen, digital wie analog, was ja eigentlich de facto gar nicht da ist, ja. Weil stell dir vor, du gibst jetzt an der Bank 10.000 Euro und die verleiht die wiederum an einen anderen und sie hätte jetzt keine anderen Reserven. Und du sagst, oh, ich will jetzt doch meine 10.000 Euro und sie hat sich irgendwie verkalkuliert oder andere sagen jetzt auch alle, ich will mein Geld haben und zwar bar, ich will es nicht mehr auf der Bank lieben haben, dann kann es eben sein, dass du dein Geld gar nicht mehr bekommst, ja. Wobei natürlich in Deutschland der Rahmen bis zu 100.000 Euro gesichert ist, aber alles drüber kann dann eben sein, dass wenn alles kollabiert ist, dann heißt Pech gehabt, das Geld können wir nicht mehr rausgeben, weil das gibt es eben nicht mehr oder die Währung gibt es so nicht mehr oder alles ist irgendwie kaputt gegangen. Sorry und das ist dann dein Problem, da interessiert es dann keinen, wie viel Geld du auf der Bank hattest, weil eben nur bestimmte Werte gesichert sind und alles darüber ist eben so diese Vertrauensbasis, die du natürlich auch der Bank dann gibst, wenn du dein Geld da hinlegst. Und deswegen heißt es ja auch nicht umsonst, dass man sein Geld nicht auf der Bank liegen lässt, sondern immer investiert. Ja, Currency im Englischen, Geld muss fließen, Geld darf nicht rumliegen, es muss immer irgendwo investiert sein, weil auf den Banken liegt es eben nur rum und kann eben auch durch Inflation oder wie gesagt Finanzcrashes und so weiter und so fort gefressen werden. Natürlich ist das für Volkswirtschaften insgesamt von Vorteil, weil es eben zur Steigung von Wohlstand und Produktivität führt, aber wie gesagt für den Einzelnen kann es dann blöd laufen, wenn es schlimm kommt. Dann die vierte Phase, also diese Schuldverschreibungen von A nach B, zurück zu C und so weiter, das geht immer schneller vonstatten. Ja, und damit natürlich auch eine extreme Anspannung von den Werten und Produktivitätsgewinnen in Relation zu den tatsächlich gekauften Waren und Dienstleistungen, ja, weil irgendwann muss ja doch alles mal realistisch messbar sein und dann erreicht jede Gesellschaft irgendwann diesen Punkt, wo man eben nicht mehr die Schuldscheine gegen den eigentlichen Wert umtauschen kann. Ja, also die USA hatten beispielsweise 1971 diesen Fall, wo eben die damalige Super-USA-Macht unter dem Präsidenten Nixon viel Geld ausgegeben hat für den Vietnamkrieg, ja, also natürlich dann auch fürs Militär oder bestimmte Programme, die der Gesellschaft dienen sollten. Und da wurden immer wieder neue Schulden über Staatsanleiten aufgenommen, bis man gecheckt hat, Moment mal, das, was die USA insgesamt kollektiv, ja, als komplettes Land als Goldreserve hat, würde niemals ausreichen, um überhaupt diese Schuldscheine, also um überhaupt auf dieses Level der Schuldscheine tatsächlich zu kommen. Ja, und da haben natürlich in Erwartung von dieser Tatsache viele Leute dann auch Investoren, ja, die da auch mit dabei waren, die da viel Geld zur Verfügung hatten, ihre Anleihen dann wieder gegen Gold getauscht. Und Nixon hat das natürlich nicht gefallen, weil er eben seine eigenen Pläne hatte und hat dann 1971 das Ende des Goldstandards eingeführt und ab da war dann eben der Dollar die eigene Währung und die war nicht mehr an einen anderen Wert gebunden. Und ich bin mir sicher, du kannst dir denken, worauf das hinausläuft. Erstmal natürlich viel Freiheit, ja, vielleicht kennst du den Spruch aus der Bibel, Lux, Fiat, es werde Licht und es konnte viel Fiat-Geld, also es werde Geld gedruckt werden, ja, also schön Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken. Aber tatsächlich ist dahinter jetzt eben kein Goldstandard mehr, so dieses ein Schein für zwei, drei Einheiten Gold jetzt mal als Beispiel einfach formuliert, sondern du kannst unendlich viel Geld drucken und natürlich erstmal die Wirtschaft schön ankurbeln, ja, schön als Tauschmittel verwenden. Aber ohne eine Bindung an eine harte Reserve und ohne einen eben festgelegten, fest definierten Materialwert haben sie eben keinen inhärenten Wert mehr. Also so nennt man das, wenn das in sich schlüssig ist, das System, ja, also es ist letztlich aufgebrochen, wie gesagt, hat irgendwo Vorteile, aber letztlich dann auch Nachteile, ja. Das bedeutet natürlich, wie gesagt, man kann noch mehr Schuldscheine verteilen in der Gesellschaft, wer auch immer da kommt, jeder bekommt alles. Und darüber hinaus kann die Zentralbank jetzt natürlich auch mehr Kontrolle ausüben. Ich hatte es bereits eingangs erwähnt, ja, also zum Beispiel in Zeiten von Inflation können die Zinsen erhöht werden. Ja, man kann Geld damit automatisch verknappen, den Wert wieder erhöhen. Ja, also letztlich bewirkt ja jede Handlung auch irgendein gewisses Ziel. Und wenn das erreicht ist, dann kann man das Ganze wieder umswitchen, umdrehen. Und wenn die Inflation dann wieder gesenkt wird, dann kann man auch die Zinsen wieder verändern und das Geld insgesamt günstiger machen. Dann kann man die Preise wieder anheben. Und so ist das ein ewiges Wechselspiel. Und letztlich verschulden sich Staaten langfristig natürlich dadurch immer selbst. Und daher hat er unendlich viele Zahlen natürlich herausgearbeitet, die ich dir jetzt aber in dieser Podcast-Folge erspare, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Er selber sagt natürlich, das ist insgesamt ein menschliches Verhalten, ja, weil man will natürlich investieren. Man möchte auch einfach Wohlstand erzeugen und letztlich hat das dann aber gar nicht mehr wirklich mit, wie gesagt, Kohärenz zu tun. Wie gesagt, das System, dass eben die Scheine an einen harten Wert, also in dem Fall an Gold, angeknüpft sind. Diese Tatsache ist verloren gegangen und damit geht natürlich auch die Verantwortung verloren, weil die einen drucken fleißig Geld in einer, sagen wir, Legislaturperiode und überlassen dann die Konsequenzen von diesem ewigen Gedrucke einfach den Nächsten in der Macht. Ja, die machen sich eine schöne Zeit und sagen, schaut mal, was wir alles machen für die Wirtschaft und alles geht nach oben und aufwärts. Aber nichts geht nach oben, was nicht auch wieder nach unten geht, ja. Also das ist auch ein Universalgesetz des Zyklus, des Rhythmus. Das gilt eben kollektiv wie individuell. Wenn dich das näher interessiert, check meine Podcast-Folge bezüglich der hermetischen Gesetze, wo ich eben auf diese Universalgesetze eingehe, die in allen Lebensbereichen finanziell, privatberuflich, emotional, ja, politisch, wirtschaftlich, überall greifen. Nichts kann für immer nach oben gehen und nichts kann für immer einfach nur nach unten gehen, ja. Das ganze Leben geschieht in Zyklen. Wir leben in einer Welt der Polarität. Alles, was steigt, fällt auch irgendwann und so weiter und so fort. Das heißt eben, die einen pushen alle schön nach oben. Dann sagen sie, Servus, ich gehe jetzt in mein nächstes Amt. Und die Nächsten, die das Amt antreten, die dürfen dann die Konsequenzen ausbaden. Und ja, letztlich haben die dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Deswegen kann man prinzipiell auch nie einzig und allein die Politiker, die aktuell an der Macht sind, verantwortlich machen, sondern muss sich natürlich auch immer angucken, wer war denn die letzten Jahrzehnte an der Macht. Weil, wie gesagt, Kausalketten, das ist nicht mehr dieses klassische, am Sonntag wird eine Entscheidung getroffen und am Montag siehst du die Konsequenz, sondern Entscheidungen werden getroffen und du siehst die Konsequenzen teilweise erst Dekaden später. Und nicht jeder weiß, wer dann wofür überhaupt noch verantwortlich ist. Und das natürlich global betrachtet noch intransparenter. Und das bedeutet letztlich, du kannst es dir so vorstellen, das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Jemand geht in eine Kneipe, sagt, sorry, ich habe mein Geld vergessen, aber mein Kumpel, der kommt dann auch gleich und der zahlt mir das. Und jetzt sagt der Wirt, ja, okay, kein Problem, dann trink mal. Jetzt trinkt die Person ordentlich, ja, trinkt auch das Teuerste, das Beste vom Besten, lädt vielleicht besoffen noch alle anderen ein, sagt, jo, jo, ich zahle, ich zahle, lässt den mal anschreiben, dann haut er ab. Und dann irgendwann kommt der Kumpel und merkt, oh, mein Kumpel war irgendwie jetzt für mehrere tausend Euro saufen und ich muss das jetzt zahlen, ja, so kannst du es dir vorstellen. Also du kommst da da in dein Amt und denkst dir, okay, what the fuck. Und deswegen ist es eben auch so schwierig, dass man überhaupt in Anführungsstrichen weise Entscheidungen trifft, was Geldpolitik angeht, weil, wie gesagt, Regierungen natürlich nur so handeln, wie sie sich dann auch selber gut fühlen, in Anführungsstrichen, damit sie gut dastehen, damit sie etwas machen, was kurzfristig greift, aber langfristig hat das natürlich auch immer Nachteile, die dann, wie gesagt, die Nächsten im Amt ausbaden dürfen oder die das Ganze dann wieder umleiten und wieder irgendwelche Tricks und Kniffe kennen, aber letztlich kommt es irgendwann zum Crash, irgendwann ist es nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen betont eben Dalio, man darf Regierungen nicht vertrauen, wenn es um das Geld geht. Und jetzt auch aktuell in der Krise merkt man ja, dass viele Reiche sagen, ich verlasse Deutschland. Ja, die Bürokratie, die hohen Steuersätze, das ist alles viel zu toxisch. Ja, du wirst total daran gehindert, wenn du ein Unternehmen gründen willst oder wenn du dich selbstständig machen willst oder ein Start-up. All diese Dinge werden dir erschwert im Vergleich zu anderen Ländern, wo du wirklich viel Unterstützung bekommst, beispielsweise in der Schweiz oder eben in den USA, wo einfach alles viel leichter ist. Da fängst du an und kriegst dann im Laufe der Zeit mit, worauf du zu achten hast. Man gibt dir die richtigen Informationen. In Deutschland klärt dich keiner auf und du wirst sofort bestraft. Sofort musst du irgendwelche Rechnungen zahlen oder kriegst irgendwelche Mahnungen und Abmahnungen. Und das ist alles total unflexibel. Und ja, letztlich dient das natürlich auch nicht dem kollektiven globalen Wohlstand. Oder jetzt in dem Fall nur kollektiv auf Deutschland bezogen. Also Deutschland natürlich auch sehr lost. Dann kommen wir zur sechsten Phase. Also jetzt einfach zu viele Schulden. Man kann es nicht mehr leugnen. Man kann es nicht mehr schön reden. Und die Zentralbanken sagen dann irgendwann auch, oh sorry, können wir nicht mehr steuern. Also letztlich hat der Typ in der Kneipe jetzt die ganze Kneipe leer gesoffen. Sagt, er geht kurz eine rauchen. Aber in echt rennt er nach Hause. Sein Kumpel ist da und der muss jetzt blechen. Hat aber natürlich auch nicht so viel Geld. Was macht man jetzt? Jetzt kommen natürlich die Menschen in die Bredouille. Sie sagen, oh nein, ich will jetzt mein Geld in die harte Währung eintauschen. Ja, also zum Beispiel Edelmetalle wie Gold, Silber, Immobilien, ausländische Währungen. Ja, auch in Entwicklungsländern, wie gesagt, ist der Dollar noch sehr beliebt und dient als eine Art, ja, in Anführungsstrichen, Fluchtwährung. Aber auch das geht eben nur bis zu einem gewissen Limit, bis zu einer gewissen Grenze und kann, wie gesagt, den kompletten Crash nicht aufhalten. Und irgendwann muss dann die Politik eingreifen und entweder, wie gesagt, die Schulden streichen oder komplett alles umstrukturieren. Und dann beginnt der Zyklus wieder von vorne. Und um das Ganze jetzt aufzuklären, womöglich hast du dir während dieser Podcast-Folge jetzt schon Gedanken gemacht. Sieht eben, wie gesagt, Dalio uns aktuell in der fünften Phase dieses langen Zyklus und sagt eben, hey, die Staatsschulden sind die letzten Jahrzehnte wirklich sehr krass gestiegen. Und die Zentralbanken hatten auch permanent Probleme, auch nach der Finanzkrise. Und du kannst eben die Wirtschaft nicht einfach mit Zinssenkungen und günstigen Krediten wieder irgendwie dazu animieren, dass alles läuft. Ja, also wenn dein Pferd tot ist, musst du absteigen. Du kannst noch so sehr bitten und treten und es, ja, dazu inspirieren und, ja, wie gesagt, sagen, hey Pferdchen, du bist doch ein Pferd, du musst laufen. Wenn das Pferd tot ist, musst du absteigen. Ja, wenn ein Gaul tot ist, steigt der Reiter ab, gibt es auch dieses kecke Sprichwort. Und letztlich jetzt eben auch die Inflation, die ganzen Crashes auf der kollektiven, wirtschaftlichen und politischen Ebene sind eben auch jetzt zuletzt nach der Pandemie und all den Krisen, die damit einhergingen, global weitere Signale dafür, dass diese sechste Phase eben nicht mehr weit entfernt ist oder wir eventuell sogar mittlerweile schon drin sind. Und du kannst jetzt eben dann langfristig nicht mehr einfach sagen, so geht es weiter. Wie gesagt, irgendwann crasht alles. Und Dario selber sieht noch weitere Maßnahmen, die ergriffen werden können, eben neben dem Schuldenstreichen und neues Geld drucken, nämlich, ja, leider sehr nicht beliebte und zwar einmal Sparsamkeit. Das sehen wir zum Teil auch immer, dieses Sparen, Sparen, Sparen. Ja, nicht neue Schulden machen, alles Sparen und diese berühmte schwarze Null, die es da auch mal gab in einer bestimmten Zeitspanne in Deutschland bezüglich des Bundeshaushalts, wo es hieß, ja, wir müssen jetzt alles runtersparen. Das geht natürlich nicht, weil du kannst nicht überall sparen, du kannst dich an Bildung nicht kaputt sparen, beziehungsweise Deutschland macht das ja schon seit Jahrzehnten, aber wir merken ja jetzt die Auswirkungen, ja, die Infrastruktur ist kaputt, das Bildungssystem ist kaputt, das Gesundheitswesen ist kaputt, es ist alles kaputt und deswegen kracht eben alles mehr zusammen. Und selbst wenn dann die Schulden langsamer wachsen, ja, als die Wirtschaft letztlich, du kannst ein kaputtes System nicht durch Sparen, wie sage ich, retten, ja, also das wäre wie, wenn du jetzt wenig Geld hast, aber du musst ja trotzdem essen. Natürlich kannst du eine Zeit lang hungern und sparen, aber irgendwann musst du was essen, weil sonst stirbst du einfach, ja, und so gilt das natürlich auch für Kollektive und, ja, Dalio sagt zwar, okay, Sparsamkeit schön und gut, aber auf Dauer funktioniert das eben für eine Gesellschaft nicht, weil du kannst dich eben nicht bis ins Ewige sparen. Wie gesagt, irgendwann muss jemand was essen und man kann natürlich Ausgaben kürzen und Budgets kürzen und all das, aber das geht eben auch nicht bis ins Unendliche, weil wie gesagt, es ist ja sowieso schon alles marode, wo soll man da bitte noch sparen? Ja, es ist eh schon alles kaputt und natürlich kannst du dir das jetzt auf andere Länder bezogen auch vorstellen, dass es da natürlich auch nicht einfach so geht, dass man sagt, so, jetzt sparen wir einfach mal überall, ja. Und, ja, das ist letztlich natürlich sehr, sehr schwierig. Ein anderes Konzept wäre natürlich Steuern erhöhen, was natürlich auch zu Unmut führt, ja, die Menschen sagen, ey, wir kommen hier von einer Krise in die nächste und jetzt sollen wir noch mehr zahlen, obwohl wir schon die Inflation haben und so wenig verdienen und dann auch noch die Flüchtlingskrise, jetzt haben wir gar keinen Bock mehr und deswegen auch diese Aufstände, die Proteste überall, revolutionäre Stimmung global und natürlich ist das alles etwas, was, wie gesagt, spannend bleibt und wo man sich die Frage stellt, wo soll das eigentlich noch hinführen? Oder wenn du diese alte TV-Werbung noch kennst, wer soll das alles bezahlen? Ja, also letztlich, wie gesagt, diese sechs Phasen von einem langen Zyklus immer wieder auffindbar in der Geschichte, wenn dich das näher interessiert, dann liest diese Bücher von ihm, wo er eben das auch erläutert, wie er das festgemacht hat, woran er das festgemacht hat. Ja, der hat sich, wie gesagt, ausgiebig damit beschäftigt mit der Geschichte, ist da in die Imperien von vergangenen Gesellschaften hineingegangen, also mental natürlich und hat das alles anhand von Zahlen belegt, hochspannend, ein wirklich brillanter Mann und ich persönlich denke, dass aufgrund von Disruption und auch Blockchain-Technologie, künstlicher Intelligenz, ja, auch digitalen Währungen, ja, also auch diese ganzen Geschichten jetzt mit Bitcoin und was es alles gibt, Ich persönlich glaube, dass man langfristig diese Zyklen, die er ausgemacht hat, so auch nicht mehr anwenden kann, weil jetzt eben etwas kommt, was noch nie zuvor da gewesen ist und was jegliche Vorstellungskraft sprengt und deswegen persönlich, wie gesagt, denke ich, diese Zyklen sind ein Anhaltspunkt, dass man eben ein gewisses Gefühl und Gespür bekommt, wie es bisher lief, aber ich persönlich glaube, dass diese Zyklen in der Zukunft auch nicht mehr so wirklich greifen, weil die Menschheit jetzt eben einfach auf ein neues Level kommt und man das, wie gesagt, mit dem Verstand nicht greifen kann. Deswegen ist mein persönliches Basic-Mindset ja auch das eben wichtiger als Mindset und Intelligenz, die Menschlichkeit und Bewusstseinserweiterung ist, weil heutzutage, die nützt kein hoher IQ mehr irgendwas, weil KI kann deinen Verstand ersetzen, ja, wir können denken, outsourcen mit künstlicher Intelligenz. Das Wichtigste wird in der Zukunft sein und die Zukunft beginnt eben schon heute, Menschlichkeit und Bewusstseinserweiterung sowie die Imagination, weshalb Imagination, also die Vorstellungskraft Power Energy ist, weshalb Bewusstseinserweiterung und Menschlichkeit Power Energy sind und eben, wie gesagt, Intelligenz langfristig ausgedient haben. Und wie außerdem aus anderen Perspektiven, ja, das Human Upgrade, die weitere Evolution des Menschen aussieht, auch hierzu empfehle ich dir weiterführende Podcast-Folgen in der Beschreibung, wie gesagt, auch insgesamt check meine Playlists, vor allem Levels of Consciousness und Manifestation, Reality Creation, Energies, wo ich auf all diese Thematiken zu sprechen komme, natürlich auch meine Playlist-Politik und sämtliche weitere Playlists. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber du wirst da auf jeden Fall fündig, wie gesagt, weiterführende Podcast-Folgen in der Beschreibung, weil ich persönlich denke, dass alles eben miteinander zusammenhängt und der Aufstieg und der Verfall von einer Gesellschaft, von einem Staat auch immer mit all diesen Faktoren natürlich einhergeht, aber jetzt langsam immer mehr das Unvorhergesehene geschieht. Und meiner Ansicht nach deswegen eben Bewusstseinserweiterung und Menschlichkeit und Imagination die drei wichtigsten Eigenschaften sind, um zukünftig auch proaktiv stabil zu sein, mental, finanziell, emotional, privat wie beruflich. Und dass man eben immer checkt, hey, ich checke nicht alles, aber ich habe so eine krasse, starke Identität, dass mich nichts umhaut. Wer eine starke Identität hat, der muss sich nicht auf die Außenwelt konzentrieren, sondern weiß, egal was geschieht, ich werde mit allem fertig. Deswegen auch hier meine Empfehlung zu meiner Playlist Identity Shifting oder prinzipiell natürlich auch Mindset, Mental Health und Motivation, wo ich in weiterführenden Podcast-Folgen darauf zu sprechen komme, wie du deine psychische Gesundheit, deine Resilienz, deine Widerstandsfähigkeit und deine Motivation proaktiv schützen und stärken kannst, um wie gesagt beruflich weiterhin erfolgreich zu sein, deinen Erfolg auszubauen. Und natürlich auch private Belange. Ja, man muss alles schützen und pflegen und hegen und das geht eben, wie gesagt, nur mit der richtigen Einstellung, aber eben nicht mehr dieses klassische, ich muss viel wissen, weil das Zeitalter der Information ist definitiv vorbei. Die KI kann dir alles ganz schnell zusammenfassen. Du musst nicht mehr alles wissen, aber du musst wissen, wie du das Wissen anwendest. Du musst wissen, wo du wie suchen musst, was du wie glauben kannst, welche Zusammenhänge du knüpfen darfst, wo welche Experten an Relevanz gewinnen oder auch verlieren, was für dich und deinen Lebensweg wichtig ist. All das kann man pauschal eben nicht sagen. Deswegen, wie gesagt, das Zeitalter der Information ist zu Ende. Dafür beginnend jetzt das Zeitalter der Transformation. Und ja, wie gesagt, weiterführende Podcastfolgen findest du in der Beschreibung oder auch in meinen Playlists. Wie gesagt, Basic Mindset, Fokus auf Imagination, Menschlichkeit und Bewusstseinserweiterung. Denn Mindset gelangt auch an seine Grenzen. Wie gesagt, der Verstand gerät zunehmend an seine Grenzen. All das, was jetzt geschieht, bisher geschah und jetzt noch geschehen wird, das kannst du nicht mehr mit der Ratio, mit der Vernunft zu fassen bekommen. Ja, also die Vernunft ist zwar weiterhin wichtig, aber mit ihr alleine, mit dem Verstand alleine kannst du nicht mehr den Alltag beruflich wie privat bewältigen. Und deswegen eben, wie gesagt, all das Power Energy. Ich wiederhole nochmal, Imagination, Bewusstseinserweiterung und Menschlichkeit. Meiner Ansicht nach alles sehr, sehr wichtig. Und in diesem Sinne wünsche ich dir also viel Erfolg beim smarten Umsetzen all dessen, was ich jetzt genannt habe. Aber wenn du Fragen hast oder irgendetwas dazu kommentieren möchtest, dann natürlich in der Kommentarspalte oder auf Social Media mir einfach eine Nachricht schreiben. Und ansonsten bis dahin weiterhin viel Erfolg. Und denk dran, die Zyklen waren früher zum Teil sehr redundant, also sich wiederholend. Aber ich persönlich glaube, dass, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass jetzt alles komplett anders ist, diese Zyklen in der Zukunft auch nicht mehr greifen werden. Und muss deswegen eben dann doch irgendwie Ray Dalio wieder sprechen, weil man eben nicht mehr die Zukunft reproduzieren kann mit dem Vergangenen. Das, was jetzt auf uns zukommt, das ist komplett alles anders als je vorher gewesen ist. Und letztlich ist ja auch der Zukunftsmensch ein komplett anderes Wesen. Also der heutige Mensch ist dem Steinzeitmenschen näher als dem modernen Zukunftsmenschen. Schon allein auch von der Gehirnentwicklung her, das geht ja auch noch weiter, weil sich die Gehirne kollektiv global natürlich auch verändern werden, wenn wir schon von Kindesalter an künstliche Intelligenz verwenden werden und eben, wie gesagt, zunehmend das Denken outsourcen. Stichwort auch Transhumanismus. Der Mensch wird zunehmend zum Cyborg, zum Roboter. Irgendwann wird es Standard sein, Chips zu haben, die dir sagen, wie dein Hormonspiegel ist. All diese Geschichten, all das wird kommen und letztlich, wie gesagt, bleibt es spannend und es geht gar nicht darum, ob dir all das gefällt oder nicht. Denn die Zukunft kommt sowieso. Du musst dich eben vorbereiten auf das Unvorbereitbare, nämlich, wie gesagt, Bewusstseinserweiterung, Imagination und die Menschlichkeit. Keep it in the Villa. Ciao.